Woraus besteht ein Werbeplan? Ein Werbeplan besteht aus mehreren Elementen, die da heißen Zielgruppe, Streugebiet, Streugebiet, alles mit Streu, Streugebiet, Streuzeit, das ist die Zeit, in der man die Werbung streuen möchte, und Streuweg, welche Medien verwendet man hier, Rundfunk, Fernsehen, Plakate, was immer. Streugebiet, Streuzeit, Streuweg, der Werbeinhalt, was ist die Botschaft, und der Werbeetat. Das sind die wesentlichen Elemente eines Werbeplans. Vielen Dank.